Wir sind heute hier zur Meine Zukunft Nordhessen, zur Job- und Karrieremesse hier in Kassel, damit die Bürger von Kassel hier ihren neuen Traumjob finden können. Wir bieten super interessante Stellen von Facharbeitern bis auch im kaufmännischen Bereich, auch Akademiker suchen wir immer wieder gern und suchen für jeden Bewerber den passenden, spannenden Kundeneinsatz. Ja, unser Beruf, die Bundespolizei, ist sehr vielfältig. Wir haben die Möglichkeit, jetzt Ausland zu gehen, im Inland verschiedene Sondereinheiten, Spezialeinheiten. Wir sind sehr großbrechig aufgestellt. Wir sind sehr großartig. Vielen Dank.